ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich muss schon sagen, eigentlich passt es dunkel heute schon danach. Wenn du die Lichter hast, dann ist es echt finster. Wenn du siehst, dann hat es Umrisse von den Bäumen und so, ja gut. Die Lichter haben eigentlich auch kaum einen Strahl, gell? Ich weiß nicht, wenn die Lichter sind. Beim Feldl 8 liegen immer rechts die Bäume, die wir umgeschnitten haben. Ey, lauch! Wo ist Feldl 8? Schau nach, schau nach! Das kann ich nicht, hart deaktiviert. Ich weiß nicht, ob ich rauskomme. Das ist das. Dipp, 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 dipp. Es ist Feldl, Romy haben es geschafft. Dipp, 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 dipp. Ein Schreinlehn zum Pauli. Aber wie leigt es? Ein Schreinlehn zum Pauli. Ein Gelight gibt es. Ein Schreinlehn. Ein Schreinlehn. Ein Schreinlehn. Ein Schreinlehn. Ein Schreinlehn. Bist du mit ihm schon gefahren? Nein. In der Exaktkombination. Ja, ist ein bisschen schwer mit ihm zu lenken. Oh, es ist zwei Klinker haben. Achsen. Nein, Klinker. Bist du mit einem Druck von Ten, ja. Noch ein Fahrer mit einem Druck von Ten, ja. V und b, right? Hm? ogen wir einen Druck von V und b Drucker? V, Sehmaschine, senken sie so. Das bauen wir noch. Ach so, what? So. Kann los, Helfer. Nein, geht nicht. Verlöst, das haut gut. Nein. Der Helfer hört auch gleich auf. Sehst du? Fuck. Kühli, Mann. Kühli, Mann. Nein, ich weiß nicht, wie wir die Gabi-Frontlader-Amission gemacht haben. Gabi-Frontlader? Schon lang her. K? Vier Tage? Fünf Tage? Jetzt einfach geht's Schnee, gell? Jetzt haben wir schon seine Maschine. gets hoch und zwar depth. anna und zwar Verseb sitke! Vielen Dank.